Diese Einladung konnte Lauscher nicht widerstehen. Er sprang die letzten Felsstufen hinab, setzte sich ans Ufer und spielte noch süßere Variationen zu dem Lied der Nixen, die immer näher zu ihm herangeschwommen kamen, angezogen von der Macht seiner Flöte, wie er meinte. Gleich waren sie bei ihm, umfassten seine Füße, berührten mit ihren feuchten Händen sein Gesicht, und schließlich sagte eine von ihnen, »Komm, Flöter, sei einer von uns!« Lauscher legte seine Flöte beiseite, und schon zogen sie ihn in die kühle Flut, um mit ihm zu spielen. Sobald er ins Wasser eingetaucht war, merkte Lauscher zu seinem Entsetzen, dass es ihn nicht trug. Mit unwiderstehlicher Macht zog es ihn hinab in die Tiefe und schlug über seinem Kopf zusammen. Während er unter dem Gelächter der Nixen wild um sich schlug und noch einmal auftauchte, kam ihm der Name der Wasserfrau in den Sinn, die sich früher einmal als hilfreich erwiesen hatte. »Layana!« schrie er. »Layana! Hilf mir!« Und dann versank er wieder, um, wie er meinte, nie mehr aufzutauchen. Sank und sank, und war schon kaum mehr bei Bewusstsein, als er spürte, wie er bei der Hand gefaßt und nach oben gezogen wurde. Eine Zeit lang lag er keuchend und hustend am Ufer und spiel das Wasser aus, das er geschluckt hatte. Dann kam er langsam wieder zur Besinnung und sah, dass es tatsächlich Layana war, die ihn aus dem See gezogen hatte. Sie saß neben ihm und lächelte. »Auf solche Weise solltest du dich lieber nicht mit den Nixen einlassen«, sagte sie. »Manche von unserer Art sind ein bisschen dumm und vergessen immer wieder, dass Menschen es im Wasser nicht lange aushalten. Ich habe sie weggeschickt, damit ihr Anblick deine Sinne nicht von Neuem verwirrt. Vorher haben sie mir gesagt, wonach du hier suchst. Tut es dir jetzt leid, dass du mir damals die Kette und den Ring geschenkt hast?« »Nein«, sagte Lauscher, »mir wäre es lieber, wenn beides für immer auf dem Grund des Sees liegen bliebe. Aber nach allem, was ich erfahren habe, kann meiner Tochter nur mit Hilfe dieser Zauberdinge geholfen werden.« Und er erzählte ihr, was er darüber wußte. »Du willst den Falkenschmuck also nur leihen?«, fragte Layana. »Ja«, sagte Lauscher, »du sollst ihn zurückbekommen, denn er gehört dir.« »Und wenn der Falk ihn nicht mehr aus den Klauen läßt?«, fragte Layana. Lauscher zuckte mit den Schultern. »Dann werde ich versuchen müssen, ihm den Schmuck wieder abzujagen,« sagte er. »Ich hoffe, du weißt, worauf du dich da einläßt,« sagte die Wasserfrau. »Du gehst ein gefährliches Wagnis ein. Dennoch sollst du die Zauberdinge bekommen, aber du musst mir ein Pfand hier lassen.« »Was für ein Pfand,« sagte Lauscher, »ich habe nicht viel mitgenommen, als ich hier heruntergestiegen bin. »Genug«, sagte Layana, »du hast etwas bei dir, was den Wert von Narziers Zauberschmuck bei weitem aufwiegt. Deine Flöte.« Lauscher erschrak, als er das hörte. »Wenn er den Schmuck nicht zurückbekam, verlor er auch seine Flöte.« Aber dann dachte er an seine Tochter und nickte. Er nahm die Flöte, die noch an der gleichen Stelle lag, an die er sie zuvor hingelegt hatte, als ihn die Nixen ins Wasser gelockt hatten, und gab sie Layana in die Hand. »Holst du mir jetzt den Ring und die Kette?«, fragte er. »Das kann ich nicht«, sagte Layana, »weißt du nicht mehr, was ich gesagt habe, als du mir beides geschenkt hast. Wer sie haben will, muss sie schon selber aus der Tiefe holen.« Da verlor Lauscher alle Hoffnung. »Wie soll mir das gelingen«, sagte er, »wo ich eben schon fast ertrunken wäre?« Layana lachte und sagte, »du wirst unter Wasser schwimmen wie ein Fisch.« Sie riß eines ihrer langen, grünblonden Haare aus und band des Lauscher um den nackten Oberarm. »Solange du dieses Haar trägst«, sagte sie, »wirst du sein wie einer von uns und auch unter Wasser atmen können. Du mußt hinuntertauchen bis auf den Grund. Sobald eine grüne Sonne über dir steht, wirst du finden, was du suchst. Auf diese Sonne mußt du dann zuschwimmen. »Viel Glück, Lauscher, und denk an deine Flöte!« Nachdem er eben ums Haar ertrunken wäre, hatte Lauscher Furcht davor, sich noch einmal dem Wasser anzuvertrauen. Aber es blieb ihm keine andere Wahl. So ließ er sich in den grün schimmernden See gleiten und sank sofort in die Tiefe. Felsen glitten an ihm vorüber, an denen die hellen Zacken von Tropfsteinen aufgereiht waren, wie das Gebiss eines riesigen Ungeheuers, das ihn hinabsaugte in seinen unergründlichen Schlund. Er sank tiefer und tiefer und hielt dabei noch immer den Atem an, weniger deswegen, weil er den Worten Laianas nicht vertraut hätte, sondern weil sein Körper sich dagegen wehrte, solange das Wasser ihn umschloß. Schon tanzten rote Kreise vor seinen Augen, und er war nah daran, das Bewusstsein zu verlieren, als er den Widerstand aufgab und sich gegen alle Vernunft dazu zwang, Atem zu schöpfen. Und das, was in seine Lungen strömte, war kühl und erfrischend, wie die klare Luft, die man einatmet, wenn man nach langer Wanderung auf einem Berggipfel rastet. Zugleich wurde ihm auch das Element vertraut, in dem er sich befand. Seine Bewegungen passten sich der leichten Strömung an, die ihn hinabsog, und nun schwamm er wirklich wie ein Fisch mit dem Kopf voran weiter auf das markende Leuchten zu, das immer heller zu ihm heraufstrahlte. Als er sich dem Grund des Sees näherte, geriet er in eine fantastische Landschaft. Hier gab es sanfte Hügel und gewundene Täler, deren Oberfläche überzogen war von einem Rasen funkelnder Kristalle, in deren spiegelnden Flächen sich das grüne Licht tausendfach brach. Er schwamm ruhig darüber hin und entdeckte dabei, daß hier unten noch weitaus mehr und Kostbareres zu finden war als Narziers Zauberschmuck. Da lag in einem Nest aus glasklaren Kristallnadeln ein Gehänge von Nussgroßen, seidig schimmernden Perlen. Auf dem Stumpfe einer Tropfsteinsäule saß eine goldene, mit Edelsteinen besetzte Krone, und darunter lehnte ein Schwert von merkwürdig altertümlicher Form, dessen Elfenbeingriff am Ende als Knauf einen eigroßen Rubin trug. Auf einer Ebenen von irisierendem Sinter überzogenen Platte standen goldene Gefäße aufgereiht, Becher, Schalen und Kannen, deren Oberflächen von getriebenen Ornamenten überzogen waren. Reiter in fremdartigen Gewändern waren da zu sehen, die zur Jagd tritten, manche mit einem Falken auf der Faust und andere mit Pfeil und Bogen. Im Boden einer flachen Schale tanzten Mädchen in weit schwingenden Gewändern einen Reigen, und auf der Wandung eines zweihänkligen Bechers tummelten sich Delfine und allerlei anderes Wassergetier. Lauscha hatte jede Beklemmung verloren, betrachtete alle diese Schätze und fragte sich, welch mächtige Leute es wohl gewesen sein mochten, die einen Teil ihrer Reichtümer geopfert hatten, um sich das Wohlwollen der Wasserfrauen zu sichern. Ihre Gaben wurden offensichtlich in Ehren gehalten, denn sie waren sorgsam aufgestellt in dieser unterirdischen Schatzkammer, deren Ausdehnung viel größer zu sein schien, als der See, durch den er hinabgetaucht war. Zuweilen traten die Felswände näher zusammen, und dann weitete sich die Höhle wieder zu neuen Sälen, in denen noch mehr Kostbarkeiten in dem immer gleichbleibenden, schattenlosen grünen Licht schimmerten. Und Lauscha glitt darüber hin und meinte zu träumen, einen Traum vom schwerelosen Schweben, der kein Ende nehmen wollte und ihn in immer weitere Räume führte. Er wußte nicht, wie lange er so geschwommen war, als das Licht plötzlich an Intensität zunahm. Unwillkürlich blickte er nach oben und sah in der Höhe eines Maragden der Sonne stehen, deren kreisrunder Umriß sich scharf im Wasser abzeichnete. Da wußte er, daß er die Stelle erreicht hatte, an der Narziers Zauberschmuck liegen mußte. Der mugelige Boden war hier von einem glitzernden Moos aus winzigen Kristallchen überzogen, das sich zu Polstern aufwölbte. Und auf einem dieser gerundeten Kissen sah Lauscha die zum Kreis ausgebreitete Kette liegen und in ihrer Mitte den Ring. Eine Zeit lang schwebte er darüber und bewunderte die kunstvolle Goldschmiedearbeit und den funkelnden Stein, in dem sich all das Licht zu fangen schien, das aus der Höhe herunterdrang. Dann nahm er den Schmuck an sich, steckte ihn in die Tasche und schwamm nach oben auf die grüne Sonne zu. Die kreisrunde, grünleuchtende Fläche weitete sich, je näher er ihr kam, und dann erkannte er, daß dies ein Durchlass in der Höhlendecke war, über dem Licht durchflutetes Wasser stand. Er war so begierig zu erfahren, was er dort in der Höhe vorfinden würde, daß er sich mit einem raschen Schwimmstoß durch die Öffnung gleiten ließ und dabei mit dem Arm die raue Felswand streifte. Da zerriss Laianas Haar, und im gleichen Augenblick meinte er zu ersticken unter dem jähen Anfall von Beklemmung, der ihm die Lungen zusammenpresste. Er schlug wild um sich, schluckte Wasser und war kaum noch bei Bewusstsein, als er spürte, daß sein Kopf die Oberfläche durchbrach. Gierig zog er die Luft ein, sah unmittelbar vor sich ein steiniges Ufer, kämpfte sich durch das Wasser, fühlte festen Boden unter den Füßen und schleppte sich an Land. Dort lag er dann eine Zeit lang keuchend und nach Luft schnappend, bis sein Herz allmählich wieder ruhiger schlug. Als er sich aufrichtete und um sich blickte, fand er sich am Ufer jenes Sees, in den er vor Jahren den Schmuck hineingeworfen hatte. Über ihm ragte die rötlich-schimmernde Felswand auf und darüber stand die Nachmittagssonne am Himmel. Er ruhte sich noch eine Weile aus, stieg dann durch die Kluft hinauf in die Felswand und kroch durch das ausgeschwemmte Bachbett wieder aufwärts, bis er oben im Hochwald wieder ins Freie gelangte. Schon während er sich durch die enge Röhre hinaufarbeitete, hatte er von oben den Klang einer Flöte gehört, und als er jetzt aus der Kluft hinauskletterte, sah er Schneefink am Fuß einer turmhohen Fichte sitzen und auf seiner Flöte spielen. Der Junge brach mitten im Ton ab, sobald er ihn erblickte, sprang auf und lief ihm entgegen. »Da bist du ja endlich!« rief er. »Ich wollte schon unsere Sachen packen und hinunter zu den Hirtenhäusern reiten.« »Warum so früh?« fragte Lauscher. »Ich hatte dir doch gesagt, du solltest drei Tage warten.« »Die waren schon heute Vormittag vorüber,« sagte der Junge. »Und jetzt geht die Sonne bald unter. Weißt du das nicht?« »Dort unten, wo ich gewesen bin, gab es keine messbare Zeit,« sagte Lauscher. »Ich hätte dir nicht sagen können, ob ich nur einen halben Tag oder ein paar Wochen dort unten verbracht habe. Aber jetzt, wo du sagst, dass ich mehr als drei Tage unterwegs gewesen bin, glaube ich dir aufs Wort, denn so hungrig bin ich seit langem nicht mehr gewesen.« Also setzten sie sich erst mal hin und aßen etwas von den Vorräten, die Schneefink mit auf die Reise genommen hatte. Und als dieser die Reste wieder weggepackt hatte, fragte er, »Hast du dort gefunden, was du gesucht hast?« »Ja,« sagte Lauscher, griff in die Tasche und zog Nazias Zauberschmuck heraus. Schneefink betrachtete staunend das goldene Geschmeide und den Ring mit dem funkelnden Smaragd und fragte, »Hast du diese Dinge einfach weggenommen?« »Nein,« sagte Lauscher, »ich musste meine Flöte als Pfand zurücklassen. Falls in nächster Zeit ein Flöter gebraucht wird, wirst du an meine Stelle treten müssen.« »Und die Flöte als Pfand zurücklassen –